Auf Schatzsuche befinden sich möglicherweise bald wieder Öl- und Gasfirmen, denn es lohnt sich nach Gas und nach Öl zu bohren und man muss rechtzeitig investieren und in der Branche herrscht derzeit Aufbruchstimmung. Welche Werte davon profitieren könnten, davon spricht Börse Online und wir sehen auch einen Treiber, das ist der Ölpreis. In den letzten Tagen geht es deutlich nach oben, auch der Gaspreis zieht deutlich an und das sorgt dafür, dass die Explorer-Firmen wieder mehr Aufträge bekommen. Alle Details dazu, bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tippchecker. Wir schauen uns die Auswirkungen des Ölpreises an. Goldman Sachs sagt, es stehen Preise von über 100 Dollar in den nächsten Zeiten ins Haus und das liegt auch an dem Konflikt mit dem Iran. Goldman Sachs sagt, dass allein wenn der Iran in den Konflikt mit den USA, also in den Konflikt mit Israel und dann auch irgendwo mit den USA eingreift, dann könnte möglicherweise kein iranisches Öl mehr auf den Gesamtmarkt kommen und das würde das Angebot reduzieren und das allein würde schon einen Ölpreis von 100 Dollar ausmachen. Nicht eingepreist ist eine mögliche Schließung oder Blockade der Straße von Hormuz, wie man das hier sieht, könnte der Iran diese 30 Meilen breite Straße blockieren durch Seeminen oder mit anderen Schiffen und dann kämen noch deutlich weniger Öl und Gas auf die Weltmärkte. Es geht ja grundsätzlich beim Öl und auch beim Gas immer um Angebot und Nachfrage. Der Preis kann nur durch Angebotsverknappung oder durch einen Nachfrageüberhang steigen und ja, am Ende ist es an der Börse immer nicht zielführend über das Warum zu sprechen. Warum steigen Preise, warum fällt etwas, sondern man fragt lieber wichtiger ist nämlich, was steigt und was fällt und da sehen wir eben, ja, es steigt das Öl und das ist ein wichtiger Indikator und es steigt auch der Gaspreis. Wir haben hier den Henry Hub Future. Wir sehen zwar, dass wir von den Krisenzeiten, Ukraine-Krieg hier, deutlich höhere Notierungen haben, aber wir haben uns vom Tief im Frühjahr diesen Jahres, Mai, Juni, kommen wir noch von 2 auf jetzt 3,21. Das ist der Henry Hub Future, der steigt wieder deutlich an, also damit deutliche Steigerungen auch auf der Gasrechnung schlussendlich und hier ist auch schwer darauf zu traden übrigens, wenn man den Henry Hub Future setzen will, muss man immer ein rollierendes Produkt einsetzen, also es ist nicht ganz so einfach. Was aber einfacher ist, man sucht sich Aktien raus, die hier von dieser Entwicklung profitieren könnten und Börse Online hat das gemacht in einem aktuellen Paper, also in der aktuellen Börse Online wird über die Schatzsucher gesprochen, also über die Öldienstleister, die für die großen Explorer hier arbeiten. Und es gibt aber auch News von Exxon, also den großen Ölproduzenten, Ölförderer, der übernimmt jetzt den zweiten, die Pioneer-Kruppe für 60 Milliarden US-Dollar und das geht nur, wenn der Ölpreis hoch ist, wenn es sich lohnt, Öl und Gas zu fördern und dass man Geld damit verdient und dann übernimmt man auch wieder. Und Börse Online ist der Meinung, dass schon viel bei den konventionellen Explorern eingepreist ist und hier wird auch deutlich, dass Öl und Gas auch noch längere Zeit gebraucht werden, auch wenn sich die Energiewende natürlich immer mehr einschleicht, trotzdem wird es langfristig perspektivisch immer noch viel Öl benötigt und die Fördermengen sind möglicherweise schon am Peak, zumindest beim Fracking geht man davon aus, dass man hier schon am Peak ist. Wenn man nicht weiter investiert und wenn man eben weiter investiert, dann könnte man auf Branchen setzen, wie zum Beispiel hier die Schatzsuche, die für die großen Ölfirmen nach dem Öl und nach Gas bohren. Und ja, ein Dienstleister ist TransOcean. Ich mache das mal im Vollbild hier. Das ist eine vorgestellte Aktie, die wird nur an der NICE gehandelt oder mit nennenswerten Umsätzen an der NICE gehandelt. Und hier werden vor allen Dingen Schiffe und Equipment gebaut oder betrieben. Und interessanter Fact ist hier, dass im Endeffekt jetzt schon Material bestellt wird, was erst in zwei Jahren benötigt wird. Hier hat das Unternehmen einen Auftrag, der erst in zwei Jahren im Golf von Mexiko umgesetzt werden soll, schon jetzt bekommen. Und TransOcean ist einer der führenden Anbieter von Offshore-Bohrdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie. Und hier werden vor allen Dingen Tiefseeprojekte umgesetzt, also dort, wo die Bedingungen besonders schwierig sind, also wo es dann auch teuer ist zu bohren. Dementsprechend werden auch hohe Preise bekannt gegeben. Wie gesagt, es gab einen Auftrag jetzt bis Ende 2025, soll für fast eine halbe Milliarde Service geliefert werden oder wurde jetzt verbindlich gebucht und wird erst in zwei Jahren abgerechnet. Das zeigt nämlich die Verzögerung auch zwischen einer Auftragsbestätigung oder einem Vorauftrag und dann dem Abrufen. Und das zeigt auch, dass man jetzt, was man jetzt abarbeitet, hat man vielleicht vor zwei, drei Jahren verkauft. Und die Marge wird sich jetzt in den neuen Aufträgen perspektivisch erhöhen. Und das sollte auch hier bei der TransOcean für bessere Aufträge sorgen. Die Aktie ist schon, ihr seht es vielleicht im kleinen Chart hier schon, deutlich nach oben gegangen. Man geht davon aus, dass sich der Umsatz und das Betriebsergebnis in den nächsten Jahren kontinuierlich verbessern wird. Und die Aktie hat sich zwar seit Januar vervierfacht, aber im Blick auf die letzten fünf Jahre ist die Aktie noch 50 Prozent im Minus. Wenn wir uns nochmal vielleicht den Chart anschauen, dann haben wir es hier nochmal im langen Blick. Ich mache es nochmal auf Gesamtbild. Dann sehen wir jetzt, wo die Aktie herkommt. Ja, 50 Dollar und es ging knallhart nach unten auf den Cent-Bereich unter einen Dollar. Aber jetzt seit Oktober letzten Jahres geht es mit großen, großen Schritten hier nach oben. Und die Aktie notiert aktuell bei, an der NICI ist das hier bei 7,7 Dollar. Und ja, Börser Online sieht hier noch ein deutlicheres Potenzial in dieser Aktie. und sagt, Kursziel 13 Dollar, Stop-Loss sollte bei 5,90 Dollar gelegt werden. Also hier ungefähr kurz unter dem letzten Tief, 5,90 Dollar. Ansonsten Kursziel 13 Dollar. Und das ist noch gar nicht mal so hoch gesteckt, wenn man sich das hier mal anschaut. Das sind jetzt 13 Dollar. Also die Aktie kommt von viel, viel höheren Werten und hat dementsprechend auch dann das Potenzial. Wem das alles ein bisschen zu viel ist, so diese ganzen Einzelwerte, der kann auch sich einen ETF ins Portfolio legen. Es gibt einen Fun Egg Oil Services ETF. Da habe ich hier das Produkt mal rausgesucht auf Just ETF. Hier sieht man es. Das ist ein gängiger ETF, der in Öl-Explorer investiert, in Energiedienstleister und man hat dann nicht das Einzelrisiko pro Wert, sondern man hat ein Gesamtportfolio, ein Gesamtthema und man kann dann besser diversifizieren. Also hier eine Alternative zu einer Direktaktie. Hier bei OnVista habe ich es nochmal rausgesucht, TransOceans. Hier, wenn man sagen will, ich will nicht so viel Risiko eingehen, dann kann man das eher ein Einzelwert vorziehen und hier dann dementsprechend investieren. Andere Werte gibt es noch. Weitere vier werden hier besprochen in der aktuellen Börse online. Wer das genauer nachlesen will, kauft sich einfach die Börse online oder macht ein E-Paper und kann sich das dann nochmal genauer anschauen. Wir haben ja die Möglichkeit, immer vorab auch in die Börse online und die anderen Produkte reinzuschauen und deswegen möchte ich euch einfach mal das Thema vorstellen. Ich hatte es auch schon bei Hotbets, dem Podcast, auch schon mal vorgestellt. Zumindest die Sherlock-Legmann wurde hier schon mal genannt und ich hatte auch vor wenigen Wochen auch schon mal die deutsche Rohstoff als deutscher Explorer in den USA tätig vorgestellt. Die Aktie hat sich sehr gut entwickelt, die letzten Tage auch. Und hier geht es halt um die Dienstleister, die wir vorstellen und ein Wert ist die S oder CGG, ein Unternehmen, was in dem Bereich seismologische Lagerstättenerkundung tätig ist. Und hier wird im Endeffekt mit Ultraschall und anderen technischen Geräten der Boden nach Lagerstätten durchsucht. Zuletzt gab es einen Auftragsbestand von 500 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung um 50 Prozent. Aus Saudi-Arabien wurden Dienstleistungen für 150 Millionen Euro gebucht. Und ja, nach Aussagen von Börse Online lässt sich mit diesem Geschäft auch, das nennt sich, also mit der Datengeschäft, mit der Datenanalyse auch deutlich mehr verdienen. Und das lässt sich auch skalieren. Und hier kann man also mit wenig Aufwand deutlich mehr Umsatz und Gewinn machen. Und dieser Hebel ist auf den Preis aktuell überhaupt noch nicht eingepreist. So sagt zumindest Börse Online. Die Aktie ist ja bei aktuell 65 Cent und ein Kursziel wird hier von 1,50 Euro angegeben. Also hier gibt es noch deutliches Potenzial. Also wie gesagt, diese Art von Service sind nicht ansatzweise eingepreist für Börse Online. Und hier sieht man deutliches Kurspotenzial. Aber auch das Risiko ist sehr hoch. Die Firma wird mit 454 Millionen Euro bewertet. KGV 7,8. Das ist nicht viel, aber es sind halt kleine Werte, relativ kleine Werte, die dann auch ein gewisses, ja nicht ein gewisses, ein deutliches Risiko auch haben. Anderer Wert, SAP C7, hier oben rechts sehen wir es, SAP C7 ist ein Unternehmen, das sich auf Treft spezialisiert hat, alles Equipment anzubieten, was unterhalb der Wasserlinie benötigt wird. Also hier wird nicht nur gebaut, sondern es wird auch betrieben und dann auch Serviceumsätze generiert. Und es ist davon auszugehen, dass die Neuaufträge mit deutlich mehr Marge kalkuliert werden. Aktuell beträgt die Marge 10 Prozent und perspektivisch sollen wieder 15 bis 20 Prozent Marge rauskommen. SAP C7 ist, ja, ein Unternehmen aus den USA, 3,6 Milliarden schwer, Kursziel 12 Euro, nein, aktueller Kurs 12 Euro, Kursziel 18 Euro, Stoppkurs 8,90 Euro. Also hier ein Unternehmen, was unter der Wasserlinie Dienstleistung und Leitungsmanagement anbietet und hier ein interessanter Wert. Der dritte Wert hier unten in der linken Seite, SBM Offshore, ist ein holländisches Unternehmen und hier auch zwei Milliarden schwer. Und hier geht es vor allen Dingen um schwimmende Plattformen. Da habe ich euch mal ein Bild rausgesucht. Das ist SBM Offshore. Hier geht es um Plattformen, um Öl zu umzuschlagen, Öl zu transportieren. Es werden schwimmende Plattformen angeboten und die können auch perspektivisch auch für den Gasbereich, für Flüssiggas eingesetzt werden. Denn es ist ja klar, das Flüssiggas muss antransportiert werden mit dem Schiff und muss dann umgewandelt werden von Flüssigen im gasfördernden Zustand. Und die Leitungen müssen in diesen Containern gereinigt werden mit viel Chemie. Und das ist auch das Problem, dass viele an ihren Häfen in Rostock und auch in der Nordsee diese Plattformen nicht haben wollen, weil dort mit viel Chemie, mit Chlor, glaube ich, gereinigt wird. Und das gelangt dann ins Wasser und niemand will solche Anlagen vor seiner Haustür haben. Und zumindest könnten solche Plattformen, die weiter draußen liegen, könnten hier eine Option sein. Die Anlagen, die werden zum einen gebaut und dann verkauft oder eben im Eigenbestand gehalten und dann vermietet. Börser Online ist hier relativ optimistisch für den Wert. Es wurde bereits viel investiert und man rechnet damit, dass ab 2024, 2025 und 2027 größere Verkäufe von Plattformen auf den Markt kommen. Dann wird auch der Cashflow besser und dann könnten die Mittel auch über Sonderdividenden ausgeschüttet werden. Und das ist jetzt nicht ansatzweise eingepreist, sagt Börser Online. Ich mache es mal ein bisschen größer. Hier unten dieser Chart sieht man das deutliche Minus. Ich schaue mal, ob ich die Aktie im Einzelnen nochmal im Chart habe. Ne, das ist die Subsid. Die habe ich jetzt so nicht mehr drin. Schauen wir uns hier also im Chart an. Also hier aktuell bei 11,95 Euro, also knapp 12 Euro. Und Börser Online sagt, dass diese Mittel, die dann durch den Cashflow bald wieder reinkommen, dann eben über eine mögliche Sonderdividende ausgeschüttet werden könnten. Und es ist davon auszugehen, dass auch diese Nachfrage nach Plattformen, dieser Offshore-Plattformen weiter anziehen sollte. Und auch der Value, der innere Wert der Aktie, würde wohl nicht ansatzweise das Vermögen der Firma abdecken. So sagt zumindest Börser Online und deswegen auch ein Kauf. Kursziel 19 Euro. Aktuell steht die Aktie bei 12 Euro. Eine Aktie, die ich schon mal angesprochen habe im Hotbets-Podcast, ist die Firma Schöller-Bleckmann. Die ist eine österreichische Firma und die haben sich darauf spezialisiert. Richtbohrgestänge, Bohrequipment anzubieten. Das ist ein Spezialstahl. Rund die Hälfte der Erlöse stammen aus der Ölindustrie. Und hier geht es im Schwerpunkt um Bohrtechnik. Es geht um Bohrstangenkomponenten. A-magnetische Bohrstangenkomponenten werden hier eingesetzt. Vor allen Dingen für die Richtbohrtechnologie. Dazu werden auch Motoren verkauft. Es werden Bohrwerkzeuge verkauft. Und man hat sich auch darauf spezialisiert, dass hier auch quer gebohrt wird. Also nicht nur gerade runter, sondern auch um Ecken und ellipsischen Bahnen gebohrt werden kann. Und das wird hauptsächlich in die USA verkauft, das Bohrequipment. In diesem Jahr haben die Österreicher 600 Millionen Euro umgesetzt. Und die Marge ist mit 18 Prozent relativ hoch. Die Auftragseingänge, die sind stabil. Und ja, man kann sagen, wenn der Ölpreis hoch bleibt, dann würden auch mehr gebohrt werden und mehr investiert werden in bestehende Bohrlöcher. Oder weitere auf bestehende Flächen wird dann gebohrt, wenn man die Lizenz dann schon hat. Und man erschließt dann im Endeffekt die Ölfelder. Deswegen ist davon auszugehen, dass hier die Nachfrage, die Auftragseingänge für 2024 hoch bleiben und ein anhaltendes Wachstum gegeben wird. Nach Meinung von Börse Online ist die Scholler-Bleckmann völlig unterbewertet und müsste eigentlich viel höher stehen. Wir sehen hier ein Kursziel von 75 Euro, aber auch dreistellige Kurse werden hier eigentlich prognostiziert. Börsenwert 800 Millionen Euro, aktueller Kurs 52,40. Wir schauen auch mal hier nochmal in den Chart rein. Hier haben wir die Scholler-Bleckmann. Hier hat sich natürlich auch der Kurs schon gut entwickelt. Man könnte hier sich so einen Aufwärtstrend vorstellen. Aber dreistellige Notierungen sind für Börse Online wirklich eine Option. 50 ist so die letzte Haltungsmarke, so eine Unterstützungsmarke im Chart. Auch wenn hier dieser Aufwärtstrend halten würde, würde die bei 50 Euro gut unterstützt sein. Und ja, eingepreist ist nach Börse Online eigentlich ein Rückgang des Geschäftes. und eigentlich nicht zu erkennen, warum das so sein sollte, weil gerade bei den Bohrgestängen zeichnet sich das Gegenteil ab, dass sehr viel investiert wird und hier es dann eben auch volle Auftragsbücher auch für die Zukunft gibt. Also das ist hier ein Vorschlag von Börse Online, wie man in Bohr-Dienstleister investieren kann in Firmen, die für die großen Bohrgesellschaften Equipment liefern oder Dienstleistungen anbieten. Fünf Stück werden hier rausgesucht und empfohlen. Wer das will, kauft sich gern die Börse Online, ansonsten schaut selber nach. Ich habe auch einen ETF vorgeschlagen. Ich werde die WKNs und die Papiere mal in die Shownotes setzen. Der Markt ist natürlich derzeit etwas schwierig, vor allem wegen den politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen im Mittleren Osten, im Nahen Osten. Aber eins scheint wohl festzustehen, dass der Ölpreis weiter steigt und damit auch der Gaspreis. Und damit verdienen die Ölfirmen viel Geld und die Dienstleister, bei denen ist das angeblich noch nicht so eingepreist. Zumindest sagt das Börse Online und hier gibt es noch jede Menge Chancen. Soweit für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.